Ich heisse Dominik Lang, ich bin von hier, ich wohne in Olsen, das ist eine kleine Stadt, so ungefähr 25 Kilometer von Strauss-Pourri. Und vor allem zu sagen, bin ich gar nicht ganz alsässig, ich bin geboren in Melsas, ich bin geboren in Milhuysen, das ist in Overland, in Orin. Und habe meine Kindheit verbraucht in der Nähe von Paris. Und danach bin ich zurückgekommen zum Elsas für meine Studie von Medizin in 1974. Und seitdem bin ich hier geblieben, bin ich gar nicht festgefahren. Aber ich bin immer da geblieben und habe immer da gearbeitet und ich arbeite noch immer hier in Olsen. Ich bin ein Doktor, ich arbeite mit älteren Lied im Spital von Olsen. Was kann ich sonst sagen? Ich werde als Elsässer. Als Elsässisch ist ein ganz spezielles Dialekt, es ist Spruch, könnte man sagen, es kommt nicht genau vom Ditsch, vom heutigen Ditsch. Es ist Ehritier vom Alt-Mittelhochdeutsch, es ist ein Spruch vom Mittelalter, es ist gesprochen worden im Mittelalter im Ditschland. Und es ist zum Elsässisch geworden, in den Jahrhunderten, als der Ditsche auf seiner Seite evoluiert hat. Währenddessen haben wir viele Unterschiede zwischen Ditsch und Elsässisch. Und was können wir sagen, die Prononciation ist nicht der Saal. Die Deutschen haben das heutige Hochdeutsch, wir haben das Elsässisch. Und was wir auch können sagen, ist, dass Elsässisch ganz verschieden ist zwischen Nord und Süd. Die Dialekte sind ganz verschieden. Im Süden, im Südelsass, redet man mehr, ist der Spruch viel näher zu dem Schweizer Dialekt, zu dem schweizer Deutsch. Das ist ganz, ganz, ganz speziell. Und das Nord-Dialekt, das Dialekt vom Norden, ist viel wie der Dialekt im Ditschland, vom Saarland oder vom Baden-Württemberg. Wir haben im Elsässisch auch viele Wien. Viele Wien, und die besten Wien sind produziert im Südelsass, im Oran. Da haben wir den besten Cepage, den besten Wien, aus dem Elsässisch. Und das Wien vom Elsässisch ist ganz speziell. Es ist fast immer ein Weisswien. Wir haben ein paar Rosen und wir haben nur einen richtigen Roter. Das ist der Rot-Dotrot. Und der Rot-Dotrot ist produziert ein paar Kilometer von hier. Das heißt im Baden-Württemberg, wir haben ein paar Gütewien im Baden, auch ganz spezielles, auch ganz speziell. Und der Rouge-Dotrot ist vom Baden. Jetzt, wie bin ich gekommen auf dem Elsässisch? Also, wie gesagt, habe ich meine Kindheit in Paris verbracht. Und ich bin zurückgekommen im Elsässisch, zu meinen Wurzeln, in 1974. Und an dieser Zeit habe ich angefangen, mit älteren Leuten zu arbeiten, im Spital. Und an dieser Zeit haben die älteren Leute fast nur Elsässisch oder Deutsch gesprochen. Und ich bin es obligiert worden, Elsässisch zu lernen. Und als ich auch Deutsch kann reden, ist es ganz, so zu sagen, natürlich gewesen, dass ich vom Deutsch nach dem Elsässisch gerutscht habe. Und dann auch mit dem Reden, als ich mit den Leuten wieder geredet habe, mit den Jungen.